Ich habe auf Instagram gesehen, du hast die Länderspielpause für ein paar Tage auf Sylt genutzt. Sind die Akkus wieder aufgeladen? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer wieder schön, dort hinzufahren. Ich war auch mit dem Teamkollegen Timo Becker dort. Wir haben die Zeit genossen, war sehr schön. Wir hatten auch gutes Wetter, konnten das Meer ein bisschen genießen und die Akkus sind wieder voll. Sehr gut. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen konntet ihr die Zeit ja auch relativ entspannt angehen. Unterscheidet sich so eine Länderspielpause eigentlich sehr, ob man jetzt vorher mit einem Sieg oder Niederlage reingestartet ist? Ja, auf jeden Fall. Mit einem Sieg ist die Woche immer schöner als mit einer Niederlage. Mit zwölf Punkten im Gepäck fühlt sich die Länderspielpause doppelt besser an. Du hast ja während der Länderspielpause auch bei Finn Bartels Abschiedsspiel mitgewirkt. Auf einmal hattest du dein Torwarttrikot an. Wie kam das zustande? Ja, ich bin schon früher als Kind immer gerne ins Tor gegangen. Oliver Kahn war da so mein Vorbild. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, in der U17 oder U19 auch ein Spiel als Torwart gemacht, weil beide Torhüter rot bekommen haben. Ich habe sogar einen Elfmeter gehalten und 1-0 gewonnen. Und das war eine schöne Erfahrung. Ein anderer Kollege von dir, ein Abwehrkollege, Colin Kleinebekel, hat die Länderspielpause ein bisschen anders genutzt, war mit der U21 unterwegs. Hast du das verfolgt? Ich habe mal ein bisschen abgeschaltet, habe nicht so viel verfolgt vom Fußball. Aber ich habe mitbekommen, dass er ein Tor geschossen hat und dass sie gewonnen haben. Und gratuliere natürlich dazu. Auf der anderen Seite rechts neben dir ist ja eigentlich auch ein unbekannter Name zuletzt gewesen mit Finn Porath, der ja sonst mehr im Zentrum zum Einsatz kam. Wie schlägt er sich da auf der rechten Seite? Ja, ich glaube, Finn macht es sehr gut. Die letzten beiden Spiele hat sich da gut reingehangen und er versucht genau das umzusetzen, was wir brauchen. Und das hilft uns enorm weiter. Und er macht sehr gut. Trotz des großen Umbruchs seid ihr jetzt echt gut in die Saison gestartet. Wie nimmst du so die Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht auch wahr? Ja, ich meine, es sind viele junge Leute dazugekommen. Wir mussten viel trainieren und müssen immer noch viel trainieren, weil wir noch viele Schwächen haben. Wir versuchen das immer im Spiel umzusetzen. Das gelingt uns natürlich momentan auch sehr gut und wir müssen einfach hart daran weiterarbeiten. Jetzt trefft ihr auf die Kiezkicker vom FC St. Pauli. Die haben zu Hause noch kein Tor geschossen. Stimmt dich irgendwas positiv, dass es vielleicht am Sonntag auch so bleibt? Ja, dann hoffe ich mal, dass es so weitergeht einfach, dass wir gut verteidigen und kein Gegentor bekommen. Die müssen auch auf ihren Kapitän Jackson Irvine verzichten. Was erwartest du für einen Gegner beim FC St. Pauli? Ja, wir erwarten einen sehr starken Gegner, der auch zu Hause sehr gut ist, auch wenn sie noch kein Tor geschossen haben. Und eine sehr gute Mannschaft, auch noch kein Spiel verloren. Und wir wollen die erste Mannschaft sein, die dort gewinnt. Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du schon zweimal im Millern-Tor-Stadion gespielt. Einmal mit unseren Störchen, einmal mit Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Du hast auch noch nie verloren da. Bleibt das am Wochenende so? Das bleibt so. Danach hoffen wir das und drücken mir die Daumen. Bis zum nächsten Mal.